So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück. 1-3, der Schmerzzug. Wir befinden uns noch im Schmerz, der Schmerz. So, genug gewartet. So. So. Jemand zu Hause? Nein! Jungs, hier hat alles nur Kontrolle, finde ich richtig nass. Überbleibst du! Vorsicht, Tollboy! So, ich bin jetzt hier! Ich bin die Hölle mit dir! Moment! Du drast das! Ich trenne mich davon nur, wenn mir der Rückseite halten wird. Entdeckung! So. So. Haben wir es jetzt? Ah, besser als nichts. Meine, ja. Jetzt will ich mal gucken, wie es weiter geht. Dann müssen wir wohl da lang. Nehmt euch den Zump, oder? Oh, ne ohne Gewür, was umsonst? Nehmt euch hier drüben! Ich weiß nicht, ob mich jemand hören kann, aber unsere Siedlung ist verloren. Die Infizierten haben sich verändert und importiert. Ich wiederhole, Evansburg ist verloren. Keine überlebende. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, nein. Oh, nein! Oh, nein! Habt ihr das gesehen? Oh, hübsch! Infos hier! Macht euch schlau! Braucht ihr irgendjemand was? Vielen, vielen Dank! Ja, ganz genau! Wir sind noch längst nicht mit euch fertig! Wenn ich wüsste, wo ich hin muss, ne? Nein! Ah! 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 Haus Die umzingeln mich! Danke! Blech an! Sicherung aus! Läuft! Oh, ich glaube, da kommt wieder so ein Grausen, ne? Meine ich in Erinnerung gehabt zu haben. Ich bin nicht in Erinnerung! Ich bin nicht in Erinnerung! Achtung, ein Exploder! Den habe ich! Den habe ich! Den habe ich! Oh! Wow, wow, wow. Geht gleich weiter, Moment. Oh, geil, läuft, Medizinschrank ist immer gut. Ich hab den Hammer voll erwischt. Oh, geil, läuft, Medizinschrank ist immer gut. Das war's. Oh. gehen nicht auf hinter dem güterwagen ist ein alter schutz vorschläge das gibt es doch nicht über platz ich glaube das war irgendwas da oben in dem raum da mussten wir irgendwas machen ja 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 Oh, Alter. Aber es geht nie zu empfüllen, ey. Ich bin die Anti-Diebe. Aber ich bin zu. Das beste Zeug behalte ich. Dann könnte ich dann zu. Wow. Oh. Oh. Und die Augen! Ich muss Nacht haben. Du wirst dich im Nu wieder viel besser sein. So wie das wachsende Feuer schmilzt, so vergeht das Böse vor dem Licht! Amen! Da blinkt's und dult's und wächst's! Den hab ich ja mal voll erwischt! Neee... Ah, besser als nichts! So, was blinkt da hin? Hier durch! Da klinkt doch irgendwas Großes schon wieder! Da klinkt doch irgendwas! Bullshit! Was ist das? Lustig! Und wo? Ich verarsche? Ja, Schutzraum! Wir haben überlebt! Das ist eine Belohnung genug! Hey! Wir leben noch! Läuft! Jo, Mann! Der ist wo ein Strich 3? 138 getötet! Ja, das geht mit Sicherheit noch besser! Ist ja nicht so wie bei World War Z, wo der Wolltet sind 1.500 Umbrügels! Was solls! Fakt ist Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen! Und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben! Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei 1-4! Für heute heißt es nur noch, ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen und sage und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!